Ich glaube man... Oh mein Gott. Ich glaube man muss sich irgendwie beeilen. Man muss irgendwie bevor die Typen kommen, irgendwas gemacht haben. Die Frage ist nur, was und wo? Vielleicht kannst du irgendwo in das Haus jetzt? Das geht bestimmt nicht auf. Siehst du, da ist doch das Wasser gestolpert. 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 Ich habe so keine Ahnung, wo ist denn da? Das ist ein Fenster, oder? Warte mal. Dann wird es wahrscheinlich das sein. Oh Gott. Oh ja, ist einer. Oh, das ist der. Was ist das Fenster? Oh, unter das Bett. Oh, ich sehe gar nichts. Bin ich schon unter dem Bett? Oh ja, da bin ich schon unter dem Bett. Nein. Geh doch mal unter das Bett, bist du behindert? Kann man wahrscheinlich nicht. Ich dachte jetzt, der ist schon drinnen. Ich auch. Was soll die Scheiße? Wieso kann denn das in das Bett? Ist das dumm? Wie geht das? Derp, derp, derp. Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht gehen. Soll ich einfach mal aufmachen? Ja. Der ist jetzt auf der anderen Seite. Vielleicht, dass wir irgendwas zum Durchbrinken, oder durch das andere Fenster. Ist das, dass ich mich auch nicht zum Verstecken? The fuck is wrong with you? Der war an dem Haus da. Wo ich noch gerade drin war. Und der hat durch das Fenster eingeschlagen. Oh man, jetzt kann man sowas von überhaupt nicht sehen. Scheiße, man. Ich kann nichts. Das würde mich jetzt nicht wundern, wenn der das Ding aufmacht. Ja. Ich kann aber überhaupt nicht nachvollziehen, wo er jetzt gerade lang läuft. Nee. Echt auch? Der hat da gerade reingelöst. Oh my god. Der ist nicht mehr so. Da. Jetzt geht doch mal weg, du Spast. Oh, jetzt sehe ich gar nicht. Da. Der ist relativ nah neben uns, der Typ. Der ist relativ nah neben uns, der Typ. Der ist relativ nah neben uns, der Typ. Es geht einfach weg. Ist er weg? Ich weiß es nicht. Jetzt ist er dort hinten. Ich bin ich. Geh mal raus hier, mach mal Eier. Und jetzt durch das Haus hier. Mach auf. Nee, der ist durch die Tür, links. Wo ist denn jetzt hier? Jetzt hier den Steg lang. Und durch die Tür. Geht das? Das geht doch für uns nicht. So. Oh my god. Ging das für uns nicht? Oder? Ich glaube, du hast es nicht versucht. Ich glaube, du hast es nicht versucht. Okay, ist das jetzt eine Rückblende oder so? Ich habe keine Ahnung. Puh. Okay. Ah, oh. Okay. Der ist wirklich verrückt. Das ist komisch, dass wir kurz kurz umgehen. Musikknoten. Kann ich mich hier verstecken? Nein. Warum auch? Da ist eine Tafel. Da ist eine Tafel. Ach Leute. Okay. Es gibt wahrscheinlich bloß eine Tür. Ah, das ist eine Tafel. Ich muss mich nicht sagen. Dieses Trönen, der Kratzen. Jesus, 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 du bist echt okay. Jesus, Jesus, every time for a play. Kannst du um die Ecke hören? Wie? Responsibility. Ekerhaft. Ich mag den hellen Gang, glaube ich, mehr. Ja. Kannst du da hingehen? Sechs ich nicht. Was? Der Gang wird immer länger. Ja. Okay. Sieht schon so richtig aus. Ich geh nochmal ganz kurz zurück. Tut mir leid. Schon gut. Das klingt immer so, als würde der Gang noch länger werden. Tja, das stimmt. Okay. Okay. Wie, 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 wie. Ich meine, das ist schon 80 kmh die Stunde. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Oh mein Gott, was ist falsch? Sieht ja schon von der Rambo hier aus. Oh mein Gott, yo, bitch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, es ist night. Cool. Es ist night. Es ist night. Es hat alle aus dem Haus. Die Welt. Die Welt. Sieht. Oh mein Gott, man kann nichts sehen. Wie zugeputert aus. Ah. Achso. Yeah. Wisse, wenn man so isst, sieht man erst was mit Sekt voll auf Fresse ist. Oh Mann, ey. Was zur Hölle? Man kann absolut nichts sehen Oh mein Gott Hermann St. Zibl. High School Ok Was die Brille von ihm noch so hält. Okay, wenigstens der Mindenfreund. I mean, Wyatt, ain't I trying to kill you? I've been... unborn. See too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The... the heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when nah. Pressed himself with my Annalie. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, Baby, he puttin' her. Was by the Antichrist. And I had to slit her belly and kill the child. Wow. I think it's not that good at all. No, it's not that good at all. Look at that good at all. Huh, if it's good at all. I'll seep he will. twist our tua bags. I got the chance to run. Spun the mini in some stories. I been gifted with T 280 my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Entschuldigung? Deine Frau. Sie war acht Monate pregnant. Blonde, wie ein Mädchen. Ja. Was wissen Sie? Sie hat sie gesehen? Das ist warum wir hierher gekommen sind. Sie ist okay? Bitte. Commissioner, erzähl mir, sie ist okay. Sie ist okay. Oh, danke Gott. Oh, danke Gott. Und Gott schütze Sie. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Okay, ich prob mich nochmal kurz um. Bei dem sieht es auch recht normal aus. Da hat er einfach nur Steine drin und keine Leichenteile. Find das nett von ihm. In Wirklichkeit müsste er einen umbringen. Ja, vermutlich. Ich bin okay. Ich... Ich... Ich gehe nach dem Weg. Ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten. Du kannst schlafen. Ich habe dich geschlossen. Mhm. Und jetzt sind da unten die anderen und sagen so, hi, bitch. Ich habe Reef. Ich habe Reef. Kannst du uns vielleicht heilen oder so? Ähm... Die Spiels sind noch voll, oder? Wie wird das denn? Ich weiß gerade gar nicht. Wann ich jetzt? Kann ich mal spielen TAP irgendwie? Ich denke das nicht. Wann ich muss... Wie ging denn das? Ich dachte mit Tapp kann ich irgendwie so an mir runter gucken. Egal. Ein Sturm? Ne, das muss doch irgendwie. Vielleicht geht es jetzt gerade einfach nicht. Schlafen. Hier ist echt nichts. Glaub ich... So geht das hier so? Ne. Keine Ahnung. Schlafen wir noch mal kurz nach. So. Ab ins Bett. Gute Nacht. Ich schlafe auch immer so schnell ein. Schlafen wir noch mal kurz. Kommt drauf einmal was ich den Tag gemacht hab. Oder bei meinem Schlafrhythmus eher die Nacht. Schlafen. Wo bist du? Ich bin schlafen. Er kommt. Er ist hier! Geht weg! Schlafen! Schlafen! Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Ich hab ihn 100 Mal gelesen. Ich weiß, woher ist. Wenn ich weiß. Woher war ist. Ich bin schlafen. Ich weiß nicht. Ich bin schlafen. 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 Gott und der Propheten, deine Frau. Du hast es in der Nacht. Ja! Bitte, lass mich jetzt sprechen. Keine Ahnung. Der Outsider ist. Seine Ahnung. Gott und der Propheten. Gott und der Propheten. Lass mich jetzt sprechen. Ich kann es erklären. Gott, du hörst nicht. Das ist wirklich der Senzen, Mann. Kann man den aufnehmen? Wie bitte? Kann man den aufnehmen? Wie? Achso. Ich hoffe, du findest deine Tochter. Oh Mann, ey. Hey, mach es so weiter spielst du? Nein. Wirklich? Nein. Ok, dann mach es mir. Ja!